Deutschland hat eine geheime Lieferung von 4000 Drohnen in die Ukraine finanziert. Die Ukraine hatte im September Drohnen mit künstlicher Intelligenz bei der Firma Helsing bestellt und sie wurden über einen Fonds der deutschen Regierung bezahlt, schreibt die Deutsche Bild. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Lieferung bestätigt und betont, dass er froh ist, dass dies geschieht, da die Anfragen erheblich gestiegen sind, berichtet Butz+. Bekannt als Minitaurus, die nach den Langstreckenraketen benannt sind, die der deutsche Kanzler Olaf Scholz abgelehnt hat, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen, trotz erheblichem Druck, dies zu tun. Deutschland ist der zweitgrößte Geber militärischer Hilfe für die Ukraine nach den Vereinigten Staaten, aber die Haltung zur Lieferung von Langstreckenraketen ist für den deutschen Kanzler unverändert geblieben.